Was machst du genau? Ich mache ein ausgeklübertes System. Ich habe jetzt unten die Lüftung angehört. Ein Durchzug und eine warme, kalte Luftumwälzung. Und dann auch das perfekte Klima. Nacht. Es ist zu heiss. Du bist doch einfach weg. So fühlt sich Signi auch falsch an. Die Arme, das ist heiss. Die haben wir einen Kühlgraben. Moskito-Alarm. Mucke! Es geht nicht! Ich mache es auf! Mach sofort das Fensterwitz zu. Was ist schon wieder? Einfach die Urste. Warte, es hat keinen Sinn. Was? Nein, ich muss gleich duschen. Es ist 55 Grad. Grosser Fehler. Jetzt habe ich eine Mischung aus kalt und heiss. Also irgendwie Fieber. Spannend. Aber du bist wach? Mhm. Hättest du vielleicht Lust, ein kleines Nummer zu schieben? Sicher nicht. Lass mich schlafen. Ja, nein. Jetzt stehe ich hier. Komm. Es gibt keinen Sinn. Jetzt kommt ich gerade zu schlafen. Ja. 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 Ja.